Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA Und ja, ich bin zurück aus dem Urlaub, es werden wieder Videos geballert wie sonst was Und wir legen direkt los mit dem Interview, was Hamza Chimaev getätigt hat Wo er jetzt mal wirklich Retalk über einen möglichen Titelkampf gesprochen hat Über den Kampf gegen Nate Diaz, welcher bestätigt wurde bei der UFC 279 und vieles, vieles mehr Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir fangen direkt an Laut Hamza Chimaev hätte er sich dafür entscheiden können, sofort gegen den Sieger des Hauptkampfes des Main Events der UFC 278 Zwischen Kamaru Usman und Leon Edwards zu kämpfen und gegen diesen anzutreten Stattdessen verzichtete er auf die gesicherte Gelegenheit, um aktiv zu bleiben Und letztendlich einfach genau das zu tun, wofür ihn viele kritisiert hatten, einfach aktiv zu bleiben Weil wenn Leon Edwards oder Kamaru Usman jetzt den Kampf gewinnen würde, würde der Titelkampf von Hamza Chimaev Möglicherweise erst wahrscheinlich 2023 oder wirklich ein spätes Ende dieses Jahr stattfinden Also vier, fünf Monate erst im Titelkampf Ja, da ist natürlich auch sinnvoll für Hamza aktiv zu bleiben Auch wenn Nate Diaz kein gerankter Gegner ist, ist er ein Mann, der neben Conor McGregor, der wohl populärste Kämpfer der UFC ist Und dementsprechend natürlich auch die Zahlen und die Reichweite für einen Kampf gegen Hamza bringen könnte Er sagte, wenn ich darauf warten will, wer den Kampf zwischen Usman und Leon gewinnt, kann ich direkt gegen diesen Kerl kämpfen Das hat mir die UFC und Dana White versprochen Ich muss nicht gegen Nate Diaz kämpfen, ich kämpfe zum Spaß gegen ihn Wenn ich warten wollte, würde das eine lange Zeit dauern Usman kämpfte einmal in einem Jahr Er hat alles, er hat Geld, er ist der Nummer 1 Pound for Pound Deshalb will er warten Er nimmt sich viel Zeit, er will sein Gürtel nicht verlieren Jeder weiß, dass ich ihn mir holen werde Hungriger, jünger als er, das ist alles kein Problem Alle Jungs aus den Top 10 sind 10 Jahre jünger als ich Sie wissen, was passieren wird, wenn sie gegen mich kämpfen Shimaev ist 11 zu 0 Diaz ist mittlerweile 20 zu 13 Ist eine Legende in der UFC, ohne Frage Und diese beiden werden am 10. September im Pay-Per-View der Team Mobile Arena in Las Vegas gegeneinander antreten Sollte er gewinnen, will Hamza Shimaev gegen den amtierenden Weltallgewichtsschampion antreten Sollte er aber eine lange Pause einlegen wollen Sagt der Hamza Shimaev ganz klar und deutlich Wenn Usman länger braucht, gehe ich ins Mitte-Gewicht Dann bestreite ich dort einen Kampf Um mir dann einen direkten Titelkampf zu sichern Nach Diaz werde ich vielleicht hochgehen Und gegen jemand anderen antreten Wenn Usman lange warten will, sagt er Vielleicht steige ich auf und kämpfe dort gegen jemanden Weil ich beide Gürtel natürlich holen will Das ist für mich auch kein Problem Ich wiege, wenn ich normal rumlaufe, 94, 95 Kilogramm Ja, also ist ein Cut ins Mittelgewicht für ihn auch kein Problem Und dort würde er auch sehr stark und natürlich auch ein großes Mittelgewicht sein So, das ist auf jeden Fall ein Fakt Also im Weltallgewicht ist Hamza Shimaev riesig Und im Mittelgewicht wäre ein legitimes Middleweight So Und letztendlich muss man sehen, wird Usman oder wird Leon Edwards danach lange aussetzen Wir, ja, kennen es von beiden Die kämpfen in letzter Zeit nicht so häufig Usman war verletzt Und Leon Edwards kämpfe halt gefühlt alle zwei Jahre Insofern ist es schwierig Ja, also wenn da wirklich letztendlich nach diesem Kampf einiges passiert Am Wartezeit wäre es doch geil Ihn im Mittelgewicht gegen den Contender Marvin Vittorio, Robert Whittaker Oder gegen jemanden dieser Art zu sehen Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare Lasst ein Like und ein Abo da Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May